Pray the gay away. Das funktioniert nur leider nicht, oder? LGBTQ+, ein absolutes Reizthema momentan in der Gesellschaft und vor allen Dingen in der Kirche. Und ich hoffe, das heutige Bibelwort wird uns erleuchten, worum es eigentlich wirklich geht und warum Gott schon wieder einen Weg hat, der für alle machbar ist. Und weil es noch nicht spannend genug ist, nehmen wir auch noch das Thema mit. Warum ist Gott so grausam im Alten Testament? Die Bibel hat antworten. Ein recht brisantes Hallo und schön, dass du mit dabei bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns einen Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu starten. Und ich habe heute ein heißes Eisen mitgebracht, und zwar das Thema LGBTQ+. Wenige wagen sich ja überhaupt dran an dieses Thema, aber ich bin immer wieder fasziniert, zu sehen, wie wirklich mega relevant die Bibel ist und zu jedem Thema spricht. Und ich werde jetzt nicht hier das Gesetz auspacken und Römer 1 heranziehen und so weiter. Ich glaube, das Thema geht viel tiefer und kann auch viel besser angegangen werden. Und deswegen bitte ich dich vielleicht einfach mal, schlagen wir zusammen den Text aus, wo wir gerade drin sind, in Richter und dann gehen wir mal der Reihe nach durch. Also, zück deine Bibel und deinen Block und deinen Bleistift. 3b, Bibel, Block, Bleistift. Ja, haben wir noch keinen schnellen Satz. Super. Okay, Bibel, Block, Bleistift und los geht's. Richter 1, Vers 5. Und sie fanden Adonibesec in Besec und kämpften gegen ihn. Und sie schlugen die Karnaniter und die Peresiter. Und Adonibesec floh, und sie jagten ihm nach. Und sie ergriffen ihn, und sie hieben ihm die Daumen seiner Hände und die großen Zehen seiner Füße ab. Da sprach Adonibesec, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgehauen waren, lasen unter meinem Tisch, so wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Sie brachten ihn nach Jerusalem, und er starb dort. Du hast sicherlich mal mit einer Person auf der Straße, in der Schule, an der Uni, auf der Arbeit gesprochen. Und als es dann auf das Thema Bibel gekommen ist, dann kam so ein Satz wie, ich kann es einfach nicht verstehen, wieso Gott, ein Gott der Liebe, so grausam sein kann im Alten Testament. Und ich glaube, der heutige Vers zeigt uns oder gibt uns ein bisschen Klarheit über das Thema der Frage, die Grausamkeit Gottes im Alten Testament. Ich möchte dich fragen, ist Gott wirklich grausam? Ja, und ich möchte vielleicht mit dem Argument beginnen, dass wir oft die Geschichte am falschen Moment anfangen. Stell dir vor, folgendes Szenario. Da ist ein Mann, der ist ein Familienvater, und der ist in seinem Haus. Und plötzlich kommt durch das Fenster ein vermummter Mann herein, stürzt sich auf ihn, schreit ihn an, hält ihn fest, Pistole an die Brust, drückt drauf, eins, zwei, dreimal, der Mann fällt um, ist tot. Und das Ganze spielt sich ab vor den Augen der Familie. Wer ist grausam? Natürlich der vermummte Mann, oder? Und so denken wir. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass nach dieser Aktion die Frau und das Kind zu dem vermummten Mann gehen und ihm schluchzend danken und ihn umarmen? Du würdest denken, die sind geisteskrank. Ja, der hat ja gerade den Familienvater umgebracht, und sie danken ihm sogar dafür. Und weißt du, so sehen teilweise Menschen, Christen und den Gott des Alten Testaments. Ja, sie sehen so einen bösen, gefährlichen, verwunden, vermummten Mann, ja, der Grausamkeiten ausübt, und dann sind da seine geisteskranken Anhänger, die jubeln ihm noch dafür zu. Aber was ist, wenn ich dir sagen würde, dass die Geschichte vielleicht komplett anders vor sich ging und dass es eine Vorgeschichte hatte? Stell dir vor, dieser Familienvater, der war total gewalttätig, hatte zuvor im Nebenzimmer den kleinen vierjährigen Sohn, ja, vor einer Familie getötet und hatte die Mutter und das übrig gebliebene Kind gekidnappt. Und stell dir vor, das Haus war umgeben von Scharfschützen, ja, und von so einem GSG9-Team, und die dann nur darauf gewahrt haben, diesen geisteskranken Mann zu stellen. Und stell dir vor, dieser Polizist, der verdummt reingekommen ist, der ist unter Lebensgefahr in dieses Zimmer reingekommen, genau im richtigen Augenblick, und hat dann notgedrungen diesen Mann erschießen müssen im Kampf, um Mutter und Sohn zu retten. Jetzt hast du natürlich eine komplett andere Sicht von dieser Geschichte. Warum? Weil wir weiter vorne angefangen haben und weil wir Kontext haben. Und wenn wir jetzt über die Grausamkeiten im Alten Testament sprechen, dann fangen wir genau immer auch am falschen Augenblick an. Wir denken, das waren zum Beispiel liebenswürdige Bewohner da in Kanaan, und dann befiehlt Gott irgendeinem anderen Stamm, irgendwelchen Leuten, Israeliten und so weiter, in das Land einzudringen und die ganzen Bewohner kalt zu machen. Aber das ist nicht die Realität. Zuerst einmal, die Wahrheit ist die, dass es überhaupt keine liebenswürdigen Bewohner gibt. Die Realität ist nämlich, dass alle Menschen gesündigt haben und von Kopf bis Fuß von der Sünde durchdrungen sind. Das tut unserem kleinen Humanismus ziemlich weh, ist aber die Wahrheit. Das bedeutet, dass es nicht einfach nur ein Fehler ist, den wir manchmal machen, sondern, dass der Mensch, ganz anders als der Humanismus uns das sagt, dass er halb Tier im Endeffekt und halb Dämon ist, anstatt Götter. Halb Tier, halb Dämon. Wir sind zu richtigen Tieren geworden, weil wir uns nur um unsere natürlichen und nicht die geistlichen Bedürfnisse kümmern. Aber es ist noch schlimmer. Wir sind noch schlimmer als die Tiere. Warum? Weil wir weitergehen in der Grausamkeit, als es Tiere tun. Tiere, die töten, aber die foltern nicht. Wenn du eine Katze zum Beispiel siehst, die eine Maus tötet, und ja, die spielt manchmal mit einer Maus, aber die macht es nicht, weil die einfach Lust hat auf die Qualen der Maus, sondern die trainiert in diesem Augenblick einfach ihren Jagdinstinkt. Aber der Mensch, der hat einen Geist und dieser Geist, der nicht mehr in Kontakt ist mit Gott, der kann einfach teuflisch brutal werden. Und die letzten zwei Weltkriege, die haben das gezeigt, auf welche perverse Foltermethoden der Mensch kommen kann. Und wir wissen das, das waren teilweise ganz normale Menschen. Vor dem Krieg und auch nach dem Krieg, würden wir sagen. Die, die sich einfach haben hinreißen lassen, Sachen zu machen, die einfach unvorstellbar sind. So viel Gewaltpotenzial ist in den Menschen drin. Und deswegen müssen wir die Bibel verstehen als eine Rettungsaktion Gottes. Alles, ja, das Biest in dem Menschen, ja, ist im Endeffekt wirklich da. Und Gott versucht, den Menschen vor sich selbst zu retten. Das ist ein Mensch, der einen freien Willen hat und der durch äußere Liebe von Gott angezogen wird. Und dafür erzählt Gott ihm eine Geschichte und bewegt buchstäblich Himmel und Erde, um seine Liebe zu zeigen. Ja, im Alten Testament, da sehen wir das, wie der das über die Erde macht und im Neuen Testament über den Himmel. Ja, im Alten Testament, da benutzt er die Erde, da benutzt er Berge, die anfangen zu wackeln. Oder Meere, ja, die über ihre Grenzen hinausschreiten. Tiere werden benutzt, wie den Plagen von Ägypten zum Beispiel. Oder das Wasser in der Flut, ja, oder Feuer fällt vor dem Himmel, wie bei Sodom. Alles, um den Menschen zu zeigen, hey, es gibt die Realität des Schöpfers, ja. Und dann hat er das einmal getan, er macht es nicht die ganze Zeit und hat anderen Menschen dann ein Buch gegeben. Er hat es aufschreiben lassen, einfach nur zu zeigen, das ist real, ich bin wirklich da. Damit wir nicht alle durch diese gleichen Katastrophen durchgehen müssen, sondern dass wir lernen aus der Geschichte und aus den Fehlern der anderen. Dass wir merken, dass es einen Schöpfer gibt, dass wir ihn fürchten, weil er über uns steht und uns in der Hand hat und ein Verstoß gegen seine Ordnung, ein Verstoß gegen das Leben selbst ist. Die Bibel sagt, es ist furchtbar, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Und im Neuen Testament, da sehen wir, dass Gott dann den Himmel benutzt, um uns darauf hinzuweisen. Er schickt seinen einzigen Sohn und er bringt die Himmelsbotschaft auf die Erde. Und er warnt vor dem kommenden Gericht, aber er steht da mit offenen Armen und sagt, komm, komm, ich lade dich ein, du kannst zu einem liebenden Gott kommen. Also im Alten Testament spricht Gott durch die Ereignisse auf der Erde zu den Menschen, um die Herzen zu erreichen, die Herzen von Menschen, die durch und durch böse sind. Und das gilt auch zum Beispiel für die Eroberung von Kanaan. Bevor nämlich gesagt wird, dass der Joshua mit dem Volk Israel da reinrauschen soll, ja, da wollen wir uns vielleicht mal kurz ansehen, wer waren denn die Kanaaniter davor? Das waren nicht irgendwelche lieben Bewohner dieses Landes, ja, sondern das war einfach eine ganz, ganz gewalttätige Sippe. Das waren Leute, die haben sogar ihre eigenen Kinder getötet. Das war eine gewalttätige Nation. Und die gingen sogar so weit, dass die dann ihre Kinder geopfert haben. Die haben also quasi ihre Babys genommen und haben die in ein Feuer reingeworfen. Weißt du, und da ist der Punkt, wo Gottes Gnade zu Ende ist. Wenn ein Volk beginnt, seine eigenen Kinder zu töten, dann steht das Gericht vor der Tür. Und deswegen wird das Gericht auch über die westliche Welt kommen. Warum? Weil wir auch anfangen, unsere eigenen Kinder zu töten. Und das ist immer ein Zeichen von einer Endzeit, von einem Zyklus, wo man einfach merkt, hier ist einfach ein Ende. Das geht nicht mehr so weiter, wenn Kindermord an der Tagesordnung ist. Gott hasst es, dass kleine Babys getötet werden. Ist das grausam? Nein, das ist nicht grausam. Frag vielleicht mal die kleinen Babys. Ja, die würden dir sagen, nein, er ist der größte Retter des Lebens. Gott ist absolute Liebe. Und er stellt sich gegen das Töten von Menschen. Und deshalb hat Gott irgendwann dann mal gesagt, dass es mit den Kananitern Schluss sein sollte. Und er hat dann das Volk Israel dazu benutzt und gesagt, okay, und ihr werdet das Instrument sein. Aber, ja, wir lesen, dass als sie noch Ägypten sind, sagt er, nein, 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 die Zahl, das heißt, dass die Sünden, ja, dass sie noch nicht groß genug sind von den Kananitern, dass sie losgehen sollen. Er hat also jahrhundertelang gewartet und sein Volk in der Sklaverei gelassen, weil das Maß noch nicht voll war von den Kananitern. Und das bedeutet, ja, dass Gott immer genau hinschaut, bis das Maß voll ist. Und dann sagt er, okay, und jetzt müssen die aus diesem Land rausgehen. Aber er hat sie vorher noch gewarnt. Ja, wir wissen das von Raab, die in Jericho ist und die sagt, hey, wir haben genau gewusst, dass ihr kommt, ja, dass ihr im Anmarsch seid. Und wir wissen auch ganz genau heute, dass das Gericht Gottes im Anmarsch ist, dass es kommen würde. Leute, das wissen wir, es gibt genug Leute, die draußen sind, die predigen, genau wie Noah. 120 Jahre lang hat er gesagt, Leute, es hat irgendwann ein Ende. Und die Leute haben sich lustig gemacht, haben gesagt, yo, weißt du, das sagt der Typ schon die ganze Zeit. Und so sagen das die Leute heute auch schon. Ja, ja, klar, das haben die auch schon so gesagt. Augenblick mal, Kolz. Denk mal 80 Jahre zurück. Allein unsere Geschichte von Deutschland. Da hatten wir auch einen Moment, wo alle möglich verrückten Ideen, ja, auf den Ideentisch geworfen wurden. Ja, und deutsche Philosophen der ganzen Welt fast in den Kopf durcheinander gebracht haben. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, ihr seid sowas weg jetzt von dem, was eigentlich die Realität ist. Ich muss euch das einfach nochmal zeigen. Und es gab zwei furchtbare Weltkriege, in denen zig Millionen Menschen gestorben sind. Und da sind wir ein bisschen aufgewacht. Und da haben wir gesehen, oh, das steckt vielleicht in den Menschen drin. Und es haben sich sehr, sehr viele Menschen bekehrt. Und haben aufgehört, auf diese beknackten Theorien zu hören. Ja, warum? Wenn du in deinem Schützengraben liegst, ja, und jederzeit eine Kugel abbekommen kannst, dann merkst du plötzlich, äh, ich glaube, ich soll doch wieder zu der Realität zurückkehren. Und wenn du in die Hände des Feindes gerätst zum Beispiel und plötzlich gefolterst wirst, dann merkst du plötzlich, oh, das ist doch ein bisschen anders der Mensch, als was ich mir vorgestellt habe. Oder wenn man sieht, wie Menschen bei lebendigem Leib verbrannt werden, ja, durch einen Flammenwerfer und so weiter. Da merkst du plötzlich, wie sich eine Welt anfühlt, in der man Gott getötet hat, ja, wie Nietzsche das gesagt hat. Wer ist grausam? Der Mensch, der andere einfach so tötet? Oder Gott, der den Menschen von seiner eigenen Wahnsinnigkeit stoppt? Und ja, dieses Stoppen, das bedeutet für manche Menschen auch den Tod. In manchen Fällen benutzt Gott auch den Tod, um den Menschen sein eigenes Ende zu setzen. Ja, aber jetzt nochmal Reality Check. Wir wissen selbst, dass wenn es zu einer Geiselnahme kommt, ja, und am Ende der Täter getötet wird, dann sitzen wir nicht da und sind am weinen und sagen uns, oh, weißt du was, das ist so grausam. Nee, ganz und gar nicht, wir sind froh, dass die Sache vorbei ist. Manchmal ist der Tod die einzige Lösung. Aber, und das ist ganz wichtig für unseren Text, der Tod und nicht die Folter. Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Gott hatte gesagt, dass er die Nationen in dem Land vertreiben will oder, dass sie getötet werden sollen, aber nicht gefoltert. Ja, der Tod ist etwas, der zu unserem natürlichen Leben, was durch die Sünde belastet ist, dazugehört. Aber Folter ist dämonisch, ja. Als der Saul zum Beispiel, als der kurz davor steht, gefangen genommen zu werden, da sagt er, hey, ich will lieber sterben. Ja, und dann sagt dieser Waffenträger, hey, tue ich mich irgendwie. Warum? Weil der wollte nicht gefoltert werden von seinen Feinden, ja. Und Gott sagt aber, in keiner Stelle der Bibel, dass man foltern soll. Diese Idee, die kam, irgendwann kam die auf. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woher kam die denn? Und weißt du, woher ich glaube, woher das kam? Das kam aus dem Herzen von dem Simeon. Und da sehen wir das Problem, dass der Simeon mitgekommen ist mit dem Judah. Ja. Das sehen wir nämlich in der Prophetie von dem Simeon. Da wird gesagt, dass der Simeon, dass der zur Gewalt neigt. Ja. Der neigt zur Gewalt und es war jemand, der den Stier gelähmt hat. Der Jakob, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt. Da sagt er, er hat den Stier gelähmt. Ja. Er hat ihn nicht getötet oder geschlachtet, ja. Sondern er hat ihm Schmerzen zugefügt, dass er nicht mehr so weiter konnte. Und das erinnert uns sehr, sehr stark an Daumen abschneiden. Ja. Die zweite Sache ist die, dass wahrscheinlich auch schon die Kananiter einen Einfluss hatten auf die Seelen von Israel. Das heißt, das war schon eine Praxis auch, die in Kanan der Fall war. Und die hatten das auch schon so übernommen. Das sehen wir in den Worten von dem König Beseck. Warum ist es so wichtig, dass nicht gefoltert wird? Zum einen, ja, weil das natürlich eine extreme Brutalität für den Menschen bedeutet. Aber auf der anderen Seite, weil es nicht die Herrlichkeit Gottes zeigt. Ja, Gott kann sich verherrlichen und das manchmal auch durch den Tod. Ja, dass er den Ungerechten beiseite schafft. Aber Gott wird nicht dadurch verherrlicht, dass jemand gefoltert wird. Der Mensch ist gemacht im Bilde Gottes. Und das sollte auch unser Verhalten als Christen stark beeinflussen. Es muss Gerechtigkeit geben. Keine Frage. Ja, eine Sache muss bereinigt werden. Und für ein Vergehen, da gibt es auch Strafe. Ja, wenn mir jemand was getan hat, dann kann ich nicht einfach sagen, weißt du, das schwamm drüber. Ja, aber Rache ist was völlig anderes. Ja, Rufmord oder seelischer Missbrauch. Das ist brutal. Ja, ich kann dir sagen, wenn du mit einer Sache nicht einverstanden bist, dann ist es eine Sache argumentativ dagegen anzugehen. Ja, aber jemanden hinter dem Rücken kaputt zu machen und ihn emotional an seine Grenzen zu bringen. Ja, und in Burnout zu treiben und so weiter. Das ist einfach pervers. Und das hat nichts mit Christentum zu tun. Wie oft haben das Menschen in den Kirchen gemacht, wo Menschen wirklich einfach in Burnout getrieben worden sind. Ja, wo man Menschen erniedrigt hat, wo man geistig und seelisch Leute einfach misshandelt hat. Gott hasst das ohne Ende. Gott hasst das ohne Ende. Aber der Mensch, der tut das, weil der Mensch grausam ist. Aber nicht Gott. Gott ist derjenige, der stoppt. Nicht Gott ist grausam, sondern der Mensch. Und Gott ist nicht grausam im Alten Testament. Der Beseg, der König von Beseg ist der beste Beweis dafür. Denn er sagt es selbst. Er ist ja in der Situation. Du bist ja gar nicht in der Situation. Der westliche Mensch ist nicht in der Situation. Lass mir doch einfach mal jemanden reden, der in der Situation ist. Das ist hier der König Beseg. Und was sagt er? So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Er erkennt die Sache an. Er sagt, ich kriege genau das, was ich verdient habe. Aber weißt du, wir erkennen das nicht an. Der westliche Mensch, der erkennt das nicht an. Der glaubt, er wäre besser. Er wäre besser als so ein König Beseg. Und er wäre besser als Gott selbst. Und das ist eine große Selbsttäuschung. Und Gott ist nicht grausam. Der Mensch ist grausam. Wir haben jetzt über materielle Grausamkeiten gesprochen im Alten Testament. Und jetzt würde ich mal gerne auf die geistlichen Grausamkeiten der Religion zu sprechen kommen. Die Verstümmelung von Adoni Beseg, die hat nämlich eine geistliche Bedeutung. Was ich sagen will ist, Religion verstümmelt, der Glaube belebt. Und das hat nämlich sehr, sehr stark jetzt mit dem Thema LGBTQ zu tun. Es gibt eine religiöse Art und Weise, an dieses Thema heranzugehen. Und es gibt eine geistliche Art und Weise, an dieses Thema heranzugehen. Und momentan ist die religiöse und ich würde sagen politische Antwort sehr, sehr laut. Und zwar so laut, dass man die geistliche Antwort des Evangeliums überhaupt nicht mehr hört. Es gibt in Amerika sehr, sehr starke politische Bewegungen, die dagegen angehen, die laut werden. Und wir stehen in allergrößter Gefahr als Christen, uns davon mitreißen zu lassen. Wir sehen ja erste Phänomene auch schon in Deutschland, wo nicht das Evangelium so stark gepredigt wird in diesem Diskurs, sondern ein Kulturkampf gekämpft wird. Es wird eine Sexualpraxis übergestülpt, anstatt das Herz zu erreichen. Es wird sich ja quasi gegenseitig die Augen ausgekratzt, anstatt wirklich mit Gnade auf das Evangelium zu kommen. Und ich habe den Eindruck, dass das Einzige, was LGBTQ, was die hören von Christen, ist, dass sie dreckige Sünder sind und dass sie verändert werden müssen, dass sie heterosexuell werden müssen, wie wir. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Weil jemand, der schwul ist oder der lesbisch ist, der sieht es nicht als eine Handlung, die er ausübt, sondern er sieht es an als etwas, was er ist. Das ist für diese Person eine Identitätsfrage und es ist keine Sexualpraxis in erster Form. Und hier genau verstehen sich die Parteien, denke ich, nicht. Für die einen ist es eine Identitätsfrage, für die anderen ist es einfach nur eine Sexualpraxis. Und deswegen kommen die beiden auch nicht überein. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, wer schreit lauter. Wer schafft das, die wichtigen Instanzen wie zum Beispiel die Medien, die Politik, die Schulbildung als Erster zu erobern. Und überall, wo man dann den Sieg erringt, da verstümmelt man das gegenüber. Sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. So, und das zeigt uns einfach, dass es hier ein Problem gibt in diesem Diskurs. Und das kann übrigens, das ist ganz interessant, das kann das Volk Gottes ganz genauso gut wie die andere Seite auch. Der König Beseck hat das gemacht, aber das Volk Gottes hat das auch gemacht. Vor allen Dingen, wenn er Simeon mit dabei ist. Wenn solche Kollegen mit dabei sind, dann können die das sehr, sehr gut. Was ist wirklich die Lösung des Problems? Zuerst einmal, was ist nicht die Lösung des Problems? Ich glaube, wir können nicht darüber argumentieren, ob jemand schwul oder lesbisch ist und irgendwelche Studien rausziehen und das denen um die Ohren hauen, um das zu zeigen, ob das so ist oder nicht. Warum? Was Leute glauben und was sie fühlen, das müssen wir erstmal einfach so akzeptieren. Warum? Weil das geschichtsphilosophisch eine Vergangenheit hat, die ist so lang und so tiefgreifend, dass wir das erstmal nicht verändern können. Das können wir nicht verändern. Wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, wie man darauf kommt, zu denken, dass man eine Frau ist anstatt einen Mann, dann merkst du erstmal, wie tief das auch in allen von uns verwurzelt ist, wie das mit unserem Hedonismus zu tun hat, wie das mit unserer Ich-Bezogenheit zu tun hat, wie das mit unserem Widerwillen gegen Autorität zu tun hat. Das Gefühl einer Gesellschaft zu verändern, das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Das ist ungefähr so schwierig, als wolltest du Deutschen erklären, dass Ordnung im Endeffekt keine Tugend ist. Dass man sich nicht in einer Schlange anstellen muss und so weiter. Vergiss es. Vergiss es. Es gibt Personen, die sich einfach so fühlen und die verbinden damit ihre Identität. Diese Bewegung ist nicht so stark, weil sie so gut organisiert ist. Diese Bewegung ist so stark, weil sie ein philosophisches Fundament hat, was wir alle haben in unserer Gesellschaft und die das einfach konsequent ausleben. Aber das Evangelium, das ist ja nicht da, dass wir irgendwie unsere äußeren Taten zuerst verändern müssen oder dass wir anfangen sollen, irgendwie anders zu fühlen, sondern was ist denn der Kern des Evangeliums? Der Kern des Evangeliums, das ist der Tod und das Leben. Keine Verstümmelung. Nicht Pray the gay way und so weiter. Nicht die Veränderung des Verhaltens, sondern des Kerns. Und der Kern unserer Identität, das was wir sind, unser Selbst, das wird im Evangelium erst einmal in den Tod geführt. Das heißt, der Eingang in das Land Kanan, der geht durch den Jordan. Da sind die überall hergegangen, da sind die alle durchgegangen vom Volk Israel. Genau darum geht es. Durch den Tod. Der Jordan ist ein Bild von dem Tod. Und wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Das ist die Zusage, die wir haben. Und das ist die Konsequenz. Die Heiligung, oder du könntest sagen die Verbesserung, die beginnt nicht, dass du versuchst, irgendwie dein altes Selbst zu verbessern. Das ist die Methode der Welt. Der religiösen Welt. Der Coaching-Welt und so weiter. Man schneidet hier was ab und da was ab und so weiter. Und am Ende kommt so ein verstümmelter Mensch raus, der irgendwie funktioniert, so wie man ihn haben will. Aber im Grunde, im Kern hat er sich nie verändert. Aber das Evangelium, das lehrt, das gibt uns diese Kraft, dass deine Identität komplett verändert wird und neu zu finden ist. Egal ob du schwarz-weiß bist, lila-grün, ob du rechts, ob du links bist, ob du männlich, weiblich oder sich sonst irgendwie fühlst. Alle haben gesündigt und da gibt es nicht irgendwelche, die ein bisschen mehr gesündigt haben und ein bisschen weniger gesündigt haben. Wir alle, wir müssen sterben und von neu beginnen. Und wir bekommen dann eine neue Identität. Und die Sünde, die in uns drin ist, die wird durch den Heiligen Geist besiegt. Und das jeden Tag. Also das Kernthema des Evangeliums, das ist ein neues Leben. Ein Leben aus Gott. Eine Veränderung der Identität. Der Apostel Paulus, der sagt nicht in 1. Korinther 6, sagt er nicht, hey, ihr müsst euch anders verhalten. Sondern er sagt, ihr habt eine neue Identität bekommen. Ihr habt die gewechselt. Und das, als ihr in Jesus, als ihr neu geboren wurdet, ihr habt eure Identität bekommen in Jesus, in Christus. Wir gucken vielleicht mal ganz kurz rein. Das ist vielleicht mal ganz interessant. 1. Korinther 6. Ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber ich mache kurz einen Kommentar, dann wirst du es vielleicht verstehen. Der spricht in 1. Korinther 6, spricht er zu Korinthern. Und die Korinther waren alles andere, als ein weißes Blatt, was Sexualität angeht. Und er sagt in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass Ungerechte, das heißt, das ist eine Identität, das sind nicht nur Leute, die Unrecht tun, das Ungerechte, die Ungerechte sind als Wesen, das Reich Gottes, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden. Die werden nicht reinkommen in den Himmel. Es muss also einen Wechsel des Wesen geben. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Hure, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolte, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Ja, es geht also nicht darum, bestimmte Sachen zu lassen, sondern nicht mehr zu sein. Es geht um eine Änderung des Wesens. Ja, und dann sagt er weiterhin, und solche, also solche Ehebrecher, Weichlinge, Habsüchtige, Trunkenbolte und so weiter, seid einige von euch gewesen. Ihr seid das gewesen. Ja, Vergangenheit, das war euer Wesen in der Vergangenheit, aber, sagt er dann, ihr seid jetzt abgewaschen worden, ihr seid geheiligt worden, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Halleluja, ja, das Evangelium, das bietet nicht eine Verhaltensveränderung, das Evangelium, das bietet nicht eine politische Agenda und das Evangelium bietet dir aber ein komplett neues Leben an. Wie wunderbar ist das denn, ja? Das Evangelium ist der große, große Gleichmacher zwischen den Hurern, den Götzendienern, den Ehebrecher und so weiter, den Dieben, den Habsüchten, den Trunkenbolte und diese ganzen Sachen, ja? Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, ich finde trotzdem die anderen schlimmer. Darum geht es nicht. Du kannst nicht sagen, ich betrink mich nur mal, ja? Ja, ich gehe halt nur mal ein bisschen fremd, das ist, das ist okay, ja? Ja, oder ich schaue mir das Ganze einfach mal auf irgendwelchen Pornoseiten und so weiter an, aber dann gehe ich auf die Straße, halte mein Schild hoch und sage, ah, ich verteufel die Sachen, die Leute, die so und so fühlen. Leute, das ist einfach nur Pharisäertum. Gott wird uns ausfindig machen, wenn wir das tun. Wir sind alle Gangster, ja? Wir sind alle Gangster, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber vor Gott, ja, zählt das alle nicht. Wir alle erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und was wir anbieten, das ist nicht Verbesserung, ja? Als erster Schritt, wir beten das Leben an, ja? Wir bieten es an durch das Evangelium. Echte Veränderung, ja? Und es startet wie mit dem Tod. Und danach gibt es echtes, neues Leben. Wir schneiden Leuten nicht den Finger ab, ja? Sondern wir laden sie ein zu einem neuen Leben, ja? Wir erziehen Leute nicht, wir erziehen nicht Raupen dazu, dass sie fliegen sollen. Wir überzeugen sie, dass sie sterben. Ja, eine Raupe muss erstmal sterben und dann wunderbare Schmetterlinge werden. 2. Korinther 5, 17 sagt, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte, das ist vergangen. Und siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17 sagt, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung.